Wann hattest du das erste Mal S*** mit Maxim? Wann, wie hast du gemerkt, dass du auf Jungs stehst? Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Daniel und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute haben wir etwas, was ich ganz lange nicht mehr gemacht habe, nämlich ein Q&A-Video. Was ich auf meinem Kanal veröffentliche, um mit euch über eure Fragen zu sprechen. Und vor allen Dingen die Fragen, die ihr an mich habt. Ich weiß auch nicht, warum wir das so lange nicht mehr gemacht haben. Es waren jetzt immer so viele verschiedene Videoideen. Keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall bin ich jetzt für euch da und ihr habt mir so extrem viele Fragen gestellt. Und wie es so üblich war, war nicht jede Frage so, sagen wir mal, charmant. Gucken wir uns mal an, was ihr mir für Fragen gestellt habt. Bleibt auf jeden Fall dran, schaut euch das Video an. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich glaube, mein Pickel sieht man ganz schön doll in der Kamera. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du diesen aktivierst. Das kannst du hier unten tun. Und dann musst du noch die kleine Glocke aktivieren. Und dann wirst du keine Videos mehr von mir verpassen. Ich lade drei Videos in der Woche hoch. Das erstmal dazu. Ich würde mich freuen und ich würde sagen, wir starten jetzt sofort mit der allerersten Frage. Woher nehmt ihr eure positive Art? Ihr seid so unterhaltsam. Ich gucke euch so gerne. Ich glaube, dass man das so gar nicht sagen kann. Wir zeigen ja auf Instagram grundsätzlich nur die positive Art. Aber es gibt natürlich auch bei uns wie in jeder anderen Situation auch oder andere Lebensweise auch Probleme. Beziehungsweise es ist nicht immer alles so super. Ich glaube, bei Instagram sieht man vielleicht einen Zeitfenster-Ausschnitt von insgesamt 15 Minuten des gesamten Tages. Plus vielleicht nochmal 15 Minuten eines Instagram-Videos. Beziehungsweise YouTube-Videos. Und ich glaube, man zeigt natürlich dann auch nicht unbedingt traurige Dinge oder teilt schlimme Dinge. Ich erinnere mich noch, als damals meine Katze verstorben ist, habe ich dazu auch ein Video gemacht. Aber nicht, hey Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist. Sondern es war ein sehr, sehr trauriges Video, wo ich auch die ein oder andere Träne verloren habe. Also ja, unser Content ist schon sehr positiv und unterhaltsam. Aber halt auch nicht alles. Beziehungsweise zeigen wir einfach auch nicht alles. Und ich glaube, auch viele Zuschauer wollen auch gar nicht immer unbedingt die schlechten Sachen sehen. Was ist dein Lieblingsnachtisch? Ich glaube, ganz klassisch Pudding. Die Frage kann ich ganz schnell beantworten. Wann, wie hast du gemerkt, dass du auf Jungs stehst? Ja, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Videos zu dieser ganzen LGBTQ-Plus-Serie von mir, wo ich halt irgendwie immer was dazu sage. Und ich habe auch damals gesagt, dass ich das schon sehr, sehr früh und sehr, sehr schnell gemerkt habe für mich. Aber nicht unbedingt wusste, was das bedeutet. Also ich wusste zwar, dass ich mich zu dem anderen Geschlecht hingezogen gefühlt habe. Aber ich konnte das nicht so für mich einordnen. Ich habe es halt nicht verstanden. Ich habe es wirklich erst später gemerkt. Ich würde so sagen, mit 15, 16, wo ich so genau wusste, ah, okay, Danny, jetzt, das ist es. Ja, aber dass ich halt mich von dem anderen Geschlecht angezogen gefühlt habe, das war schon ganz früh. Ich weiß es nicht. Mit 9, 10. Auf jeden Fall extrem früh. Und ja, diese Zuneigung, die hat sich halt dann immer weiter aufgebaut in mir. Hat mich immer mehr angetrieben, dann auch wirklich meinen ersten Freund damals zu haben oder generell jemanden kennenzulernen. Und mehr über diese fremde Seite kennenzulernen. Und ja, es war eine sehr spannende Zeit. Und ich bin sehr froh, dass ich so diese ganze Outing-Coming-Out-Phase hinter mir habe. Nicht, weil es so schlimm war, sondern weil es halt sehr anstrengend ist, erst mal mit sich selbst im Reinen zu sein und das mit sich selbst erst mal zu verstehen und auszumachen. Nicht, dass es schlimm wäre, aber es geht einem selbst vielleicht oder ist es für einen selbst vielleicht etwas schwieriger, das zu verstehen. So war es bei mir damals. Aber vielleicht schreibe ich mal ein Buch drüber. Wie glücklich bist du gerade von einer Skala von 1 bis 10? Das ist eine süße Frage. Und ich kann diese Frage nicht direkt beantworten, denn ich glaube, so wie euer Leben auch, besteht mein Leben aus verschiedenen Faktoren, die unterschiedlich zu meinem Glücksgefühl beitragen. Das ist so die Partnerschaft mit Maxim, das ist, keine Ahnung, mein Job, das ist mein Privatleben. Das sind so ganz viele Faktoren, ja. Und ich würde sagen, würde man mich fragen, wie es mir aktuell in meinem Job geht, dann würde ich ganz offen sagen, von einer Skala von 1 bis 10. 1 ist schlecht, 10 ist super. Bin ich tatsächlich bei einer 3? Ich bin aktuell beruflich sehr, sehr unzufrieden und das schlägt sich natürlich auch bei mir aus, auf gewisse anderen Bereiche. Und das ist nicht so super. Mit Maxim ist alles schön, da bin ich glücklich und eine Partnerschaft läuft nie perfekt. Das kann gar nicht sein. Deswegen könnte ich hier auch niemals eine 10 geben, sondern würde sagen, eine 9. Bin aber total zufrieden, wie gesagt. Dennoch, eine Partnerschaft muss sich oder kann sich immer weiter ausbauen. Und ich glaube, bei mir ist einfach das Problem, ich arbeite einfach zu viel. Es kommt hintenrum nichts anderes raus als Stress. Und ja, das sind so Sachen, ich glaube, die belasten auch eine Partnerschaft. Ja, und gesundheitlich ist bei mir halt auch so ein Thema immer so ein bisschen, wo ich sage, es ist eine 6. Also alle zusammen würde ich sagen, eine 7 vielleicht. Die Arbeit reißt es halt rein. Aber so kann ich das halt am leichtesten erklären. Und ich glaube, wie alle steckten ja schon mal in einer Lebenssituation, wo es mit der Arbeit einfach nicht so cool war. Und wenn ich eins gelernt habe, ist es, dass man nicht die anderen Menschen verändern kann. Dann entweder stelle ich mich auf meinen Job ein und lasse mich auf die Menschen dort ein, beziehungsweise auf die Arbeitsanweisungen ein. Oder halt, ich wechsle meinen Job. Es ist ja kein Gefängnis. Gibt es den Plan, dass ihr zusammen in dein geerbtes Haus zieht? Ja klar, also das steht im Raum, das wurde schon besprochen. Und ich habe davon ja wirklich eigentlich noch gar nichts gezeigt, weil es einfach noch ein riesengroßes Planungsproblem darstellt. Das Haus ist bezugsfertig letztendlich, wenn man es entrümpelt hat. Und es ist jetzt kein Messilabor oder so. Es ist einfach nur ein Haus, was ich glaube 60 Jahre lang von meinen Großeltern bewohnt wurde, was einfach voll gerümpelt ist. Und das muss halt ausgeräumt werden, das muss halt renoviert werden. Und da sind wir halt schon bei dem Punkt, was halt auch stressig ist, wenn man halt einen Job hat, wo man wirklich extrem viel drin arbeitet. Plus YouTube, plus meine Bücher. Da komme ich halt auf einen ganz, ganz großen Arbeitsstundenfaktor, wo halt einfach nicht mal eine Stunde Zeit ist, um mal schnell ein Haus zu entrümpeln. Und das schiebt sich halt alles so ein bisschen nach hinten. Ich denke mal, aktuell durch die ganze Kontaktverbotsgeschichte kann ich eh nicht sehr viel machen. Und dafür zögert sich das hinaus. Mein Weg, denke ich mal, wird ins Haus führen. Ich kann mir vorstellen, oder was heißt, ich kann mir vorstellen, ich habe mit Maxim darüber gesprochen, er wird vielleicht mitziehen. Nicht sofort, eventuell vielleicht später. Das sind aber alles so Sachen, über die reden wir zwar, aber das steht noch gar nicht so sehr zur Debatte. Weil letztendlich habe ich ja auch noch meine eigene Wohnung. Und ich glaube, erst wenn ich diese Wohnung gekündigt habe und definitiv rübergehe, und es ist ja quasi um die Ecke, wird Maxim nachkommen. Und das ist halt auch schon die nächste Frage, wann zieht ihr zusammen und wann habt ihr das Pendeln satt? Und das wird sich darauf hinauslaufen. Also es wird so in diese Richtung gehen. Aber es gibt da kein Zeitfenster. Und ich glaube, es muss da auch gar kein Zeitfenster dafür geben. Denn, also wir sind jetzt anderthalb Jahre zusammen. Das ist eine schöne Zeit. Und das ist auch eine Zeit, wo man schon auch, finde ich persönlich, schon so ein bisschen sehen kann, läuft es gut, läuft es nicht gut und kann man weiter in die Zukunft planen. Ja, und das können wir. Und dementsprechend bin ich auch sehr optimistisch und zuversichtlich, dass es auch in diese Richtung gehen wird, aber auch nichts überstürzt. Das macht keinen Sinn. Warum soll man das überstürzen? Weil es ändert sich ja nichts anderes. Wie kommst du mit dem Intervallfasten aktuell zurecht? Ich muss ehrlich sagen, sehr gut. Ich kann mir noch gar nicht so vorstellen, dass das wirklich funktioniert und nächste Woche kommt da auch ein Video zu, zu dieser ganzen Intervallfasten-Geschichte und was es mit mir gemacht hat und welche Erfolge ich schon habe. Aber ich komme gut zurecht. Ich finde dieses bis 13 Uhr nichts essen und dann Mittag zu essen, Abendbrot zu essen und dann wieder bis 13 Uhr nichts zu essen, total super. Das ist so viel besser als alles, was ich bisher gemacht habe. Also ja, ich bin sehr zufrieden. Warum zeigst du dich nie ganz? Weil das Kamerafenster nun mal so ist. Ich habe keine andere Formatsgeschichte und wenn man sich unsere Vlogs anschaut oder keine Ahnung, dann sieht man mich ja auch ganz. Aber ich kann es ja nicht verändern, weil die Kamera nun mal diesen Winkel so hat. Welcher war der zweitschlechteste Film, den du ihr je gesehen habt? Das kann ich auch gar nicht so sagen. Ich glaube, der schlechteste, den hatten wir ja letztens in der Instagram-Story, der wirklich sehr, sehr schlecht war. Das war die Farbe. Hier liegt er ja. Die Farbe aus dem All. Das war wirklich ein sehr schlechter Film und ich glaube, welchen ich ihn für mich auch richtig schlecht fand, war Batman vs. Superman. Für die, die es noch nicht gesehen haben, spoilere ich jetzt nicht und für die, die es gesehen haben, ich meinte das Ende. Also das war so schlecht. So schlecht. Was wolltest du schon immer mal in deinem Leben machen, zum Beispiel aus dem Flugzeug springen? Das auf jeden Fall nicht. Ich möchte nicht aus einem Flugzeug springen, von einer Brücke springen oder von einem Hochhaus runterfallen. Das sind so Sachen, die möchte ich gar nicht und ich will da auch keinen Jochen Schweizer Gutschein haben oder so für die Freunde, die das Video vielleicht von mir gerade sehen. Nein. Was ich schon immer mal gerne machen wollen würde. Also ich gehe jetzt nochmal in diesen YouTube-Bereich und ich hätte richtig Bock mal auf so eine Lost Place Tour zu gehen mit der Kamera in, keine Ahnung, alte, verlassene Kliniken oder so. Und ich habe auch keine Angst vor der Einsamkeit in so einer verlassenen Klinik, sondern ich glaube mehr, ja, die ganze strafrechtliche Geschichte, Hausfriedensbruch und, und, und. Und darauf habe ich halt einfach keinen Bock. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit hätte, eingeladen zu werden mit meiner Kamera in so ein Objekt, dann würde ich es definitiv tun und würde auch ein richtig cooles Video zu drehen. Darauf hätte ich mal wirklich Lust. Ich weiß, das war jetzt nicht deine Frage. Darauf hätte ich aber wirklich mal Lust. Und ich habe eigentlich gar nicht so große Wünsche. Ich lebe sehr bescheiden. Man glaubt das gar nicht so, ja. Aber ich brauche das gar nicht. Ich habe keine, ich habe aktuell jedenfalls keinen großen Wunsch. Ich würde ganz gerne mal Ford Mustang fahren. Also mit einem Ford Mustang würde ich ganz gerne mal fahren. Aber ich würde nicht unbedingt einen haben wollen, weil die so einfach so eine Spritschleuder an sind. Aber ich würde ihn gerne fahren. Was würdest du kaufen, wenn du alles Geld der Welt hättest? Pff, was würde ich kaufen? Ich weiß es nicht. Das ist auch so doof, ne? Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ich gerne ein Schiff hätte. Also ein Boot. So. Das wäre schon cool. Aber auch das würde ich mir nicht kaufen. Ich glaube, ich würde es mir borgen, um denn zwei Wochen lang auf dem Meer rumzuschippern. Und dann wäre es mir auch so langweilig. Ich kann das gar nicht so sagen. Ich stelle mir diese Frage nicht. Ich finde es schwierig, meine Zeit zu nutzen, um mir Sachen zu überlegen, die ich gerne hätte und was ich damit gerne machen würde. Ich glaube, ich arbeite einfach generell, um etwas mir leisten zu können, was ich dann in dem Moment haben möchte. So ganz so formuliert, ja. Aber, ja, wenn ich alles Geld der Welt hätte. Ich brauche gar nicht viel Geld, um meinen größten Wunsch zu erfüllen. Ich brauche eigentlich nur so um die 800 bis 1000 Euro, um mir einen Hund zu kaufen. Das ist so mein größter Lebenswunsch. Ja, wenn man mich fragt, was mein Lebenswunsch ist, wäre ich gerne Hundebesitzer eines Neufundländers. Aber das ist ein Wunsch, den kann ich mir jederzeit erfüllen. Nur, ich mache es aktuell nicht, weil A, habe ich andere Haustiere und B, gibt es so mein Umkreis aktuell einfach gar nicht. Ja, ich habe aktuell nicht die Möglichkeit, mich auch noch um meinen Hund zu kümmern, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel arbeite. Versteht ihr? Na klar, kann der Hund dann bei Maxime sein und, 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 und. Und ich weiß auch, dass definitiv der Tag kommen wird, wo es Hundevlogs von mir geben wird. Aber jetzt aktuell, derzeit, habe ich diese Zeit gar nicht. Vielleicht sieht es in zwei Monaten ganz anders aus. Dann habe ich eine Frage auf Telonymen gestellt bekommen. Wie hast du Maxims Handynummer bekommen? Ich habe sie von ihm bekommen. Also, ich habe ja Maxim über einen Zuschauer kennengelernt. Und der Zuschauer hat, also ihr kennt ja unsere Datinggeschichte, ich kann euch das Video nochmal verlinken. Auf jeden Fall ging es halt darum, dass ein Zuschauer von Maxim ein Treffen zwischen Maxim und mir organisieren wollte, weil wir miteinander drehen sollten. Und ich selber entspreche ja nicht Maxims Content. Und Maxim hat damals nicht unbedingt zu meinem Content gepasst. Und dennoch haben wir uns aber gedatet, kennengelernt. Und da habe ich seine Handynummer bekommen. Also, ich habe seine Handynummer schon vorher bekommen, weil wir miteinander geschrieben haben über den Kontakt. So müsst ihr euch das vorstellen. Aber das war so sehr unkompliziert. Ich glaube, es ist eh unkomplizierter, wenn man dasselbe macht. Also, ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch YouTube gemacht. Zwar noch viel, viel kleiner als heute, aber das baut sich ja auch auf. Maxim hat damals YouTube gemacht, auch kleiner als heute. Und ich glaube, da ist es nochmal, hat man weniger an der Hemdschwelle, die Handynummer einem Kollegen zu geben, als jetzt jemanden, den man überhaupt gar nicht kennt. So könnte ich mir das jetzt erklären. So habe ich die Handynummer von Maxim gekommen. Und so haben wir uns dann, ja, haben wir uns dann verabredet, getroffen. Ja. Und die nächste Frage, die ich bekommen habe, war auch über Telonym. Wann hattest du das erste Mal *** mit Maxim? Auch so eine Frage, wo ich mir so auch gedacht habe, ja, das möchte man gern wissen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so beantwortet habe. Aber, also, wir haben jetzt keine 10 Dates gewartet. Also, das werden ja viele von euch auch nicht tun, oder? Also, was ich nicht cool finde, das ist so meine persönliche Geschichte, wenn man jemanden kennenlernt und schon im Kennenlernen merkt, okay, ich empfinde was irgendwie, ich fühle was, das könnte was Großes werden, ne? So diese, ja, Liebe auf dem ersten Blick oder die erste chemische Reaktion, da weiß der Geier was, die war ja bei ihm ganz, ganz sofort da am Anfang. Und ich persönlich finde es sehr, sehr traurig, wenn man eine Kennenlerngeschichte hat, die damit beginnt, dass man gemeinsam in einem Bett liegt. Versteht ihr, was ich meine? Das nimmt so ein bisschen, weiß ich nicht, die Spannung raus, ja, aber das nimmt den Zauber aus dieser Geschichte. Und deswegen habe ich gar kein Problem für mich selbst auch zu sagen, okay, dann treffen wir uns nochmal zwei, drei, vier Mal und dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Und wir sind da, glaube ich, sehr normal gewesen. Und wir haben uns ja auch nicht bei unserem ersten Date oder im zweiten Date in der Wohnung des jeweils anderen getroffen. Das heißt, das macht die Sache ja auch nochmal komplizierter. Und das war ja auch gar nicht der Fokus von unserem Kennenlernen. Wir haben uns kennengelernt und haben halt gemerkt, dass wir füreinander uns interessieren, dass wir uns zueinander hingezogen fühlen. Und dann ist es dann auch passiert. Logisch. Freunde, das Video ist jetzt fast zu Ende. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast, wenn du noch mehr Videos von mir sehen möchtest. Beziehungsweise auch wieder von Maxim würde ich mich freuen, wenn du diesem Video einen Like da lässt. Und wenn du natürlich meinen Kanal abonnierst. Ansonsten schaut gerne mal in meinem Buchshop vorbei, der ist unter diesem Video verlinkt. Aktuell ist es auch bei mir so, dass durch die Umstände, die uns alle betreffen, auch bei mir das Buchgeschäft etwas schlechter läuft. Was daran liegt, dass Amazon leider sehr, sehr lange Lieferzeiten aktuell hat. Das sind bei mir Tatsache 10 bis 14 Tage. Dennoch würde ich mich freuen, wenn du dir ein Buch in meiner kleinen Bücherei aussuchst, was dir vielleicht gefällt, was ich geschrieben habe und mich damals ein bisschen unterstützt. Denn der Mai wird, denke ich mal, auch für mich etwas schwieriger werden. Wenn nicht, auch gar kein Problem. Ich freue mich trotzdem, dass du auf meinem Kanal bist. Denn dieses Gang, wir sind vereint und ich freue mich, dass ihr da seid. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt auch wieder. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Eigentlich gar nichts, außer Tschüss. 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 Vielen Dank.